Ja, es ist so, man ist einerseits erfreut, dass man nur ein Spiel verloren hat, aber wir haben natürlich unheimlich viele Unentschieden gemacht, das ist auch ganz klar. Wir hatten eine gute Phase zwischendrin mit zwei Siegen in Folge. Es ist so ein Gefühl, ja, ist okay, es könnte besser sein, könnte auch alles schlechter sein und da bewegt man uns natürlich gerade in der Tabelle, das ist klar. Aber man sieht, dass es viele Vereine und in der Liga sehr viele umkämpfte Spiele gibt, dass wirklich Kleinigkeiten eine offene Rolle spielen und natürlich kann man schnell davon reden, uns fehlt der ein oder andere Punkt, aber Fakt ist, die Punkte musst du erstmal machen, auch gegen diese Mannschaften und wir werden versuchen natürlich jetzt auch in den nächsten Wochen dann auch nach der Länderspielpause mehr zu punkten und vor allem zu Hause auch zu punkten, wir haben schwere Gegner vor der Brust und das wird unser Ziel sein, das ist ganz klar. Also wir sind im ersten Drittel der Saison, bis jetzt ist alles okay, aber nicht perfekt, aber okay und wir sind natürlich immer getrieben davon, noch besser zu werden. Ich glaube schon, dass da einiges möglich ist, auch drei Punkte zu holen, da muss er halt die Leistung bringen, weil keine Mannschaft gibt von selbst auf, aber Leipzig, Dortmund sind natürlich auch Mannschaften, die Fußball spielen wollen, auch mitspielen wollen und das legt uns natürlich einen Tick mehr, weil wir doch jetzt auch in den letzten Wochen dann gemerkt haben, wie die Vereine oder die Gegner uns manchmal den Ball überlassen und dann bringt dir auch manchmal so 72 Prozent Ballbesitz nicht, wie gegen Werder Bremen, wenn du dein Tor hinten nicht sauber hältst und einen Konter dir fängst und dann hinterher rennen musst wieder. Also das Entscheidende ist, glaube ich, dass wir eigentlich auf dem Weg weitermachen müssen, natürlich nicht so unnötig Tore zu bekommen, in Phasen, wo wir ein bisschen phlegmatischer vielleicht ein bisschen rüberkommen und dann hinterher rennen und dann den Gegner fast an die Wand spielen immer, aber trotzdem bleibt dann nur ein Punkt übrig, sondern wir wollen natürlich gewinnen und wir wollen Dreier holen. Die Mannschaft ist stabil, das ist das Wichtigste erstmal für mich und ich habe keine Angst vor diesen und wir insgesamt brauchen auch keine Angst zu haben, auch vor Top-Gegnern. Es ist so, dass der Transfermarkt sehr, sehr schwierig war und wir gerade aktuell und das ist für mich immer das Wichtigste, einfach schauen, dass wir auch mit der Eintracht überleben. Auch für uns ist die Situation, die Pandemiesituation, eine sehr ärgerliche, weil wir eigentlich so gut im Wachstum waren und genau hinschauen müssen, was wir machen können und deswegen war Stabilität erstmal angesagt. Stabilität und das zeigt auch die Mannschaft, das hat sie, Konkurrenzfähigkeit für die Bundesliga, das hat sie auch, aber natürlich waren viele Sachen dabei, die wir gerne vielleicht in einen anderen Gestalt gestalten wollen, aber es war einfach nicht möglich, weil wir einfach auch einen wirtschaftlichen Druck, einen Immensen haben und natürlich, dass wir unsere Fans vermissen, das ist noch das Größere und da geht es nicht nur ums Geld, sondern vor allem von der Stimmung her auch. Das eine ist das Wirtschaftliche, dass du wieder ein Stadion füllen kannst, aber das andere ist vor allem das Emotionale einfach und wir sind ein Verein und auch die Jungs auf dem Platz, selbst bei den 8.000 Zuschauern gegen Hoffenheim hat man gemerkt, sie waren ganz anders präsent. Und vielleicht ist genau das der Faktor, der uns wieder positiv in die Zukunft schauen lässt. Man hört, ein Impfstoff ist unterwegs, das kann noch ein bisschen dauern, das wissen wir, aber wir hoffen einfach, dass wir jetzt gut durch den November kommen und dann im Dezember hoffentlich auch wieder den einen oder anderen Fan hier begrüßen können und der uns auch noch ein bisschen Schub gibt. In der Verantwortung musst du einfach sehen, dass wir schauen müssen, dass wir irgendwie durch diese Phase kommen und dass wir danach auch noch leben. Das ist das Wichtigste, glaube ich. Und dafür tun wir alles, tun wir in allen Bereichen alles auch, versuchen uns auch da wieder gut aufzustellen. Aber es ist natürlich, tut weh, muss ich sagen, auch persönlich weh, wenn ich weiß, was wir in den letzten vier Jahren dann auch alles bewerkstelligt haben, wie viel Geld wir auch zur Seite getan haben für vielleicht schwierige Zeiten, aber nicht für eine Pandemie. Die ganze Reserve wird langsam so aufgeschmolzen. Das ist natürlich das, was weh tut. Aber ich muss auch sagen, alles, was wir bis jetzt gemacht haben und auch die Spieler, die auf Gehalt verzichtet haben und immer noch auf Gehalt verzichten, auf freiwilliger Basis mein Respekt auch dafür, dass sie das auch tun und dass sie das auch verstehen, dass sie auch der Eintracht helfen wollen, in diesen Situationen auch ihren Teil dazu beizutragen. Natürlich will es so, es ist ja keine richtige Winterpause, muss man auch ganz ehrlich sein. Also wir haben ein paar Tage, können wir vielleicht über Weihnachtsfeiertage chillen und dann geht es wieder weiter ins Training, weil am 2. und 3. Januar es ja schon wieder weiter geht. Also wir haben natürlich noch Ziele und wollen natürlich so viele Punkte wie möglich holen. Die Vorrunde wird ja erst Ende Januar fertig sein, offiziell. Deswegen wird es auch keinen richtigen Herbstmeister geben, sondern eher so einen Zwischenmeister bis Weihnachten. Wir werden natürlich schon versuchen, uns noch viele Punkte zu sammeln, weil es ist einfach so, wir wollen wie immer natürlich in den vorderen Dritteln dabei sein und das ist ambitioniert. Trotzdem werden wir alles daran setzen, natürlich Punkte zu sammeln, wo es noch geht. Und wir haben noch den DFB-Pokal vor der Brust. Ich habe ja schon gesagt, es ist kein Wunschlos, in Leverkusen zu spielen. Eine tolle Mannschaft, eine überragende Mannschaft, aber trotzdem in Pokalspielen sind dann die Gesetzmäßigkeiten doch manchmal ein bisschen anders und wir haben es in der Vergangenheit eigentlich gezeigt, dass wir eigentlich eine gute Pokalmannschaft sind, eine sehr gute Pokalmannschaft sind und in so K.O. Spielen auch über uns hinaus wachsen können. Vielen Dank, Freddy.